Passiert gar nichts. Dann werden wir einfach hier stehen und machen nichts. Genau, weil ich kenn die halt nicht. Ich fand das ist einfach noch ne lustige Beobachtung. Hertenstarb. Den nehm ich. Das unterscheide ich von den anderen. Ne, nah genug an Aqua mehr dran. Den kenn ich ja noch. Hey, Lex Lufa kennst du auch. Ja. Kennst du Lex Lufa nicht mal? Wer ist das? Ja, auch plötzlich von Superman. Ach so, Superman kennst du. Peripheria. Ok, Moment, wenn ich's behaupte, dass die Aquaman kennen, dann ja, dann kenn ich auch in dem selben Sinne Superman. Batman sagt mal oder was? So, wir werden Kategorien davon Batman ignorieren. Wer ist Batman? Aber... Hey, hallo! Du bist aus Tron mitbekommen, kann das sein? Das gibt's. Ja. Ja. Weißt du, wenn wir Zuschauer hätten, dann würden die sich garantiert total über uns aufregen. Von den ihr kennt nur die DC Comics nicht. Aber zu ihm bekam wir ja keine Zuschauer. Erstens, zweitens, interessiert uns was? Die haben wir ja nicht. Ja. Also? Ja. 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 Na, das warst du, Fadie. Ja. Ja. Ich hab mir gedacht. Ja. Ja. Warum funktioniert das bei dir immer? Er ist wirklich aus Tron. Das ist so viel von uns, das ist schon immer witzig. Ich bin Rinslet. Das geht nur nicht mehr, wenn du kannst. Hui! Ich hab mal gewonnen! Ich hab den Anzug kaputt gemacht. Interaktives Objekt. Ja, ich hab den Anzug kaputt gemacht, was mich auch kaputt gemacht. Du hast 3-0 ausgeschlagen. Hier auch immer das funktionieren. Wir wüssten wahrscheinlich auch mit dem Kopf ausgehen können. Keine Mini entscheiden. Aber wir haben schon und dann auch. So. ... Das könnte vielleicht passieren. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Eww Ladewildschirm sind toll Genau Hey Skorpion Los gehts Oh Du hast Pfeile hier stecken Du hast Pfeile hier stecken Oww BOOM Oh come on Yes Oww 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 Ha Ah Shit Auww No 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 Nicht dass es irgendwas gebracht hätte Bonk Du hast ja auch von der Hand geschlossen Und wieder gewonnen Auftrag steht aus Auftrag Ausgeführt Nein Rechtes Ziel wird gesucht Ja Bin da raufgestiegen Das hat mir nichts gebraucht Das war schön für dich Stimmt 3 zu 3 Was? Hast du gezählt? Nein stand da gerade Also Doomsday Doomsday Gareys 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 Sorry God of War Echt warum God of War? Echt warum God of War? Because he is the God of War Before Kratos kill them Happens Happens to the best of us Being Caper Kratos Wie hier Kratos tönt sie alle Ganzes hinbein Persona 4 die sie installieren Das nicht Warum ist Kratos hier eigentlich kein freispielbarer Charakter? Ja Schon mal gegen DC Charaktere gekämpft Warte Mortal Kombat vs DC Universe Da war nicht dabei War nicht? Mortal Kombat 9 ist Kratos dabei So 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 Wär nix sagen Aber dann macht die Steaming mit Weißt du? Die fanden es ja so schon scheiße Dass ihre Helden Mit Fatalities umgehen mussten Was sie ja nicht bekamen Wegen Supermobil Irgendwer darf nicht töten Und der nächste darf nicht Blablabla Das war gut Kron Ups Das war nicht gewollt Was? Was? Okay Was ist die Das war nicht Der ist Eher Das war nicht Das war nicht Was ist die Ich habe nicht Das ist Sparta! Bonk! Ihr habt keine Ahnung wie lange Aris schon dabei ist, in Zweifel für DC. Irgendwer hat mich inspiriert auf jeden Fall. Du hast eine Mega-Farmers-Mutter bekommen. Ja, aber ich kann aber nichts anfangen. Super Idee! Super Idee! Super Idee! Catwoman! Ja! Cyborg! Merr! Merr! Stryker? Sie sind jetzt also bei Mortal Kombat? Ja. Bei Mortal Kombat ist ein Charakter namens Stryker. Das ist der! Nee! Garantiert nicht! Wer weiß! Lass dich von jedem Super-Aktion treffen und gehör das Match! Point! Pointy pointy! Pointy pointy! Pointy pointy! Jetzt husch weg mit dir! Na? Ich muss noch was erledigen! Los! Mallow! Mim. Merr! Mim. Mim. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020